Herzlich Willkommen zurück zu Let's Play Zombies Ate My Neighbors. Und wir machen uns auf in Level 4. Level 4. Wow, hier mit blutiger Schrift, Lumberjack Hats Maze, ma je. Oh, der ist verstärker, der macht hier alles kaputt. Halt. Boah. Nein, noch einer. Smurks, weg mit dir. Boah, was die aushalten. Nicht gut. Ah, ich habe ihn besiegt, sehr gut. Boah, ich hoffe, die kommen nicht die ganze Zeit neu. Soll genau unter mir soll einer sein. Oh, da hinten ist Energie. So, ich hatte hier links... War noch so eine, einer am rumspringen. Vielleicht sollte ich die Gegner gar nicht bekämpfen hier, die machen so viel Schaden. Vielleicht renne ich einfach an denen vorbei. Da war es am Sprengen, genau. Wie, wie. Ich habe noch mal hochgekommen. Ich habe noch mal hochgekommen. Vielleicht kann ich da immer noch hin. Okay, dann kriege ich das schon mal nicht auf. Aber hier mit. Okay, dann kann ich nur noch eins aufkriegen. Das ist natürlich schlecht. Oh, nein. Mach mal hier alles auf für mich. Man kann die nicht aufhalten damit. Das ist echt gemein, ist das. Los, weg mit dir, Mistkerl. Was haben diese Tränke zu bedeuten? Hm. Nehmen wir den mal gleich. Oh, über uns sind noch zwei. Hm. Komm ich da rein? Haaa, grrr. Von der anderen Seite. Die, 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 die. Hui, da ist auch eine. Sehr gut. Halt aus, ich komme. Nehmen wir den Trank hier, was der auch immer bringt. Aha. Ja, Mistkerl. Ich bin unsterblich, wie es aussieht. Ja, nice one. Und er kann auch die Wände kaputt machen. Hervorragend. So, jetzt die Frage, wo sind die anderen? Da ist auf jeden Fall wieder ein Gegner. Den sollte ich direkt mal töten. Bam. Warum kann man hier hoch? Habe ich da irgendwas krasses dran bekommen? Ui, ich verwandle mich zurück. Mist. Also, es hält nicht sehr lange an. Einer noch. Uh, da ist doch gar nichts drin. Nein, da gehe ich nicht rein. Yeah. Aber irgendwo gab es noch Energie, habe ich gesehen. Irgendwo habe ich Energie gesehen. Können das Level noch nicht verlassen. Ja, wir haben einen davon. Aber wie es aussieht, kommen die nicht neu. Die Gegner, das ist schon mal gut. Nicht wie diese ätzenden Zombies. Obwohl die mir eigentlich jetzt lieber wären. So, wenn ich wüsste, wo ich lang muss. Nein. Da ist noch ein Gegner. Genau da, wo ich hin muss, tippe ich mal drauf. Irgendwo war hier noch so ein Arztkasten. Den brauche ich auf jeden Fall. Ja. Da ist er. Ja. Super. Der ist im Endeffekt fast wie ein Leben. So, nichts wie raus hier. Ich glaube, jetzt renne ich genau auf den Mistkerl zu, oder? Ich betäub den einfachen Rändern weiter. Ich hoffe, das klappt so, wie ich mir das vorstelle. Ihr kennt das ja mit diesen Vorführeffekten. Oh. Er ist aufmerksam auf mich geworden. Das ist nicht gut. Bleib weg von mir. Mistkerl. Eiei. Halt. Verdrückt. Ah, Mist. Falsche Reihe. Oh. Run, Forrest. Run. Renn um dein Leben. Hetz, hetz, hetz. Mist. Sackgasse. Voll das Labyrinth hier. Ja, das Level ist auf jeden Fall schon wieder etwas schwieriger geworden. Wie gesagt, deswegen werden die jetzt auch wieder etwas länger, die Videos. Und ich hoffe, dass ich immer unter 15 Minuten bleibe, bevor ich ins nächste reinkomme. Bis zum nächsten Mal. Euer Jojin. J Buckle. Adire. Auf.